Herr Oberst, Oberstleutnant Bierser, Pelle, die Kampelgruppe, Akademiker, Bataillon, zur Übung angetreten. Bataillon, Bataillon! Guten Morgen, Herr Oberst! Mir geht's gut. Ich glaube, den Kameraden geht's auch ziemlich gut, dementsprechend. Weiter wird's jetzt gehen. Wir machen jetzt die letzten Vorbereitungen. So, dass wir dann in weiterer Folge in den Übungsraum verlegen können. Wir befinden uns gerade bei den Ladetätigkeiten. Unsere Kommandanten sind vom Jahrgang Körner. Und mit von der Übung sind auch die BOAs, der neue Jahrgang Nova, sowie der jetzige Jahrgang Rot, das ist der erste Jahrgang. Wir verlegen jetzt gerade dann in den Verfügungsraum. Wir werden um 11 Uhr Zika losstarten und werden dann im Raum für Schau fahren. Und dort geht's dann weiter mit weiteren Aufträgen. Wir werden jetzt ausgezeichnet, ja, trotz Schlafmangel. Ja, man macht das, wofür man ausgebildet wurde. Und das ist, denke ich, das Schönste. Ich bin schon sehr gespannt, was auf mir zukommt, die nächsten zu bewogen. Mir geht's gut und wir treffen jetzt die letzten Vorbereitungen für unsere Übungen. Und in späteren Folge, wir verlegen in unseren Verfügungsraum. Die Leute sind angriffslustig und bereit, die Bevölkerung zu schützen. Ich glaube, alle sind top motiviert. Wir haben uns jetzt formiert, sind alle heiß und scharf für die Übungen und wir verlegen jetzt dann demnächst raus in unseren Einsatzraum, beziehungsweise in unseren Übungsraum. Der Vielen Dank.